Hallihallo meine Lieben, ja heute habe ich euch mal wieder ein Ruck-Zuck-Rezept. Ja ideal, wenn ihr Besuch kommt oder einfach nur so. Es geht ruck-zuck, schmeckt mega lecker, ob warm oder kalt. Ihr könnt das ganz toll vorher schon vorbereiten, wenn ihr zum Beispiel am Abend Gäste bekommt, macht ihr die Creme einfach schon am Vormittag, stellt es in den Kühlschrank am Abend, dann noch auf die Brezen drauf und fertig. Und zwar machen wir Flammkuchenbrezen und zwar brauchen wir Tiefkühlbrezen. Also ich mache jetzt sechs Stück, die habe ich jetzt aufs Blech gelegt und ja die sind jetzt so circa zehn Minuten sind die jetzt leicht angetaut. In der Zwischenzeit habe ich mir jetzt alles schon hergerichtet und zwar brauchen wir ein Ei, bisschen geriebenen Käse, Creme fraiche mit Kräuter, Speckwürfel, Salz und Pfeffer und am Schluss, wenn sie dann gebacken sind, gebe ich dann noch ein bisschen Frühlingszwiebel oben drauf. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Ei und wie ihr seht ganz ohne Thermomix ruck zuck. Wir geben ein Ei in eine Schüssel beziehungsweise so wie ich jetzt einfach in meinen Messbecher und verrühren das Ei gleich mal ein bisschen. Dann kommt dazu geriebener Käse nach Wahl, welchen ihr wollt. Ich habe jetzt Mozzarella Käse, der war eben noch offen. Genaue Mengenangaben schreibe ich euch selbstverständlich wieder unter das Filmchen, in die Infobox. Dann Creme fraiche Kräuter, auch einen ganzen Becher, also 200 Gramm hinein. Dann würzen wir das Ganze einfach bloß mit Salz und Pfeffer. Ich würze jetzt nicht zu viel, denn ich habe jetzt ein Kräuter Creme fraiche hergenommen. Wenn ihr einen ohne Kräuter nehmt, dann könnt ihr ja noch ein bisschen alles Würze mit rein geben und einfach ein bisschen kräftiger würzen. Das Ganze verrühre ich jetzt einfach so mit dem Schaber einfach. Und dann wird das Ganze schon in die Tee-Kabrezen reingefüllt und obendrauf kommen dann eben noch die Speckwürfel. Ja und das mache ich dann ganz einfach, dass ich das so in die Öffnungen einfülle. Backofen, den heize ich schon vor auf 200 Grad Umluft und da kommt das Ganze dann so circa 15 Minuten hinein. Ich gucke dann einfach, bis die Laugenpriesen schön laugig sind und dann ist es auch schon fertig. Da noch ein bisschen rein. Ja jetzt ist schön gleichmäßig überall eingefüllt. Und jetzt natürlich noch Speckwürfel. Könnt ihr auch weglassen. Wenn ihr es jetzt vegetarisch wollt, lasst ihr einfach die Speckwürfel weg. Aber ich gebe sie wieder dazu und das ist wirklich auch ein toller kalter Snack. Also die gebe ich dann dem Robby morgen in die Brotzeit auch mit. Könnt ihr ganz toll wirklich auch kalt naschen. So lassen wir das Ganze. Und da noch ein bisschen Speck. Wir wollen eigentlich schon gerne da den Speck mit drin. Ja und das kommt jetzt in den vorgeeizten Backofen bei 200 Grad Umluft für circa 15 Minuten. Und jetzt heißt es wie immer schieb schieb in den Ofen rein. So die 15 Minuten sind um und jetzt hole ich sie raus. Schaut mal wie die aussehen. Lecker lecker sage ich nur. Und da gebe ich jetzt noch Lauchzwiebel drauf. Und so lassen wir die uns jetzt schmecken. Also die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Macht die mal nach. Schmecken wirklich lecker. Warm aber auch kalt. Also ich bevorzug sie fast noch kalt finde ich sie fast noch besser. Und ihr habt ruckzuck einen Snack. Ja das genaue Rezept schreibe ich euch selbstverständlich wieder unter dieses Filmchen in die Infobox. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt auch schon wieder verabschieden bei euch. Macht es gut. Bleibt gesund. Und bis ganz ganz bald. Eure Ruckzuck Manu. Tschüss. це Bis zum nächsten Mal.